Ja, aber wie gesagt, es soll nicht in einem Monat 20% teurer geworden sein. Gutarbeit GTX-TI, günstigster Preis 549€ bei Amazon und derzeit nicht verfügbar. Gut, die 670 kostet dann mit 1070 mit 6 GB für 300. Ich will 1070 GI mit 8 GB haben. Ja, ich weiß. Wie gesagt, wenn, dann will ich jetzt gleich mal die nächsten 6, 7, 8 Jahre mit Ruhe habe. Wollen wir loslegen? Ja, Ubi ist noch nicht da. Also. Ich muss die erste Runde von heute nochmal über Shadowplay nachladen, oder? Wann macht ihr noch ihr Team danach? Ne, wir machen gerade ein 3er Team. Hehehe, halt da. Wieso, bis er alleine ist, ohne wie weg, oder? Ne. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, um Ubi mitspielt. Weil es wir beide jetzt dann. Ja. Also, ich kann Ubi auch noch nicht sehen. Kommt noch, bevor wir erst im Flugzeug da sitzen. Und ich bin erschrocken über 100 Mitspieler. Und ich bin erschrocken über 100 Mitspieler. Und wie hast du denn? Der ist mit 6666 jetzt. Der ist nämlich normal. Nein. Das ist ja nur. 70 mp. Externe. 550. Ja. Bist du schon da? Nein. Black. Black. Schrieb. Für die. Höre jetzt getrabbelt. Können wir Robi eigentlich lenken, wenn er sich jetzt dreht und aussteigen? Wie kann ich denn aussteigen? Wie, dreh dich mal. Ja, du drehst dich. Das geht für den Flugrichtung in die du guckst. Wir könnten ihn theoretisch lenken. Ja, aber sag Bescheid, wenn du was siehst. Sonst springt er ab, ich komme danach. Du wirst ja noch gar nicht drin. Jetzt bin ich da. Dann bist du da. Ja. Wenn da zu viele gehen, dann probieren wir weiter Richtung Dings zu gehen. Bin schon mal aus. Ja. Einen sehe ich hier. Also ich fliege jetzt Richtung gelb-orange Schnauze. Ja. Ja. Da war Jasna rausgesprungen. Aber der hat jetzt auch die Richtung geändert. Einer war eben zwischen uns, den sehe ich jetzt aber auch nicht mehr. Ich bin auch hinter Dixi schräg. Da sehe ich auch Sani nicht. Doch, Sani sehe ich. Ja, das Symbol sehe ich, aber ihn selber nicht. Doch, jetzt hat er dann schon auf... Ja, den Fallschirm sehe ich jetzt. Andere müssten jetzt auch schon Fallschirm aufmachen. Oh, ich sehe keinen anderen. Keiner da. Keiner da. Keiner da. Keiner da. Wieso könnt ihr noch so weit fliegen? Weil wir nicht permanent nach vorne. Wenn du nach vorne trichst, gehst du nach unten. Wippen. Immer ganz kurz nach vorne und dann wieder ausrichten. Gerade ausrichten lassen. Aha. Oh, wir sind noch wunderbest im Kreis. Bei altes Toddi. Ich renne gleich mal zur Kirche. Lass das Gebiet hier vorne außen vor. Dann kannst du wieder durch den Sani. Nee, ich wollte auch nur. Ich gehe jetzt rüber gleich zum Bauernhaus. Achso. Na dann macht Obi das Gebiet hier vorne. Das war ja nicht jeder dreimal die gleichen Hauser rennen. Die ersten, die hier gleich kommen. Oder welche? Ja, ja. Das kleine davor warst du auch schon? Eins habe ich hier schon. Ja, das wurde drin, das sehe ich. Aber hier davor ist noch ein kleineres. Nee, nee, das habe ich. Da ist aber Tür auf. Hier am Moped. Das ist nicht unser Buddy, aber der haut ab. Jetzt kommt unser Buddy. Unser Buddy kommt im Auto. Ja. Ja. Nee, nicht so. Ja. Du Dixie À chaud. Ja! ich hab noch ein plan wollen wir noch rüber und nur was und fahr ich würde auch laufen laufen schon mal in die richtung sammeln und und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rucksack 2 liegt hier noch rum, 2 Stück Rauch noch was da unten gewesen, oder? Ne, warte, ich werfe dir hier kurz den Rottpunkt raus Für Sunny habe ich da noch einen Griff Oh, woher will der jetzt hinten, hast die Frage Ja, ich würde erstmal sagen, hier, so fixiert, ich halte mich Hab ich gar nicht Ja Du liegst, ich hab keinen, gucke Ja, keiner drauf Ja, guck mal, das hab ich hier Fahre, jetzt hab ich ihn wieder Da steht ein Auto Das ist klar Okay, also ich wäre hier ein wenig ängstlich Wo sind Sunny jetzt? Oben, ne? Ja Wo sind Sunny jetzt? Oben, ne? Oben, ne? Ja Wenn der irgendwo an der Helm sieht, wahh, hier ist einer Worauf hat der ist? Wohin? Wohin? Der Kreis ist gleich entwickelt. Der ist nur noch halb voll. Nick, stell mich in den Baum. Mal runter zur Stadt. In einen Baum. Auch noch eine Fünfermonie. Ich habe keine Waffe für einen Fünfermonie. Was hast du denn da noch? Eine K. Eine Shotgun ohne Bristol. K und eine Shotgun? Das soll ich machen. Nächste Form. Du hast gesagt, als wir noch in der Shooting Range waren. Da gangen mehr als genug M16er und so rum. Da war ich aber nicht. Aber da in dem Bunker. Da war ich noch kurz hingegangen. Wie gesagt, ich habe 400 Schuss dabei. Mal da unten zu dem Garagenhaus hin. Ja. Auf den ersten Blick ruhig aus. Robi? Ja. Ich brauche mich einfach nicht. Kann laufen richtig. Ich bin laufen richtig. Warum ich hier ein bisschen laufen möchte? Ich bin auf dem Bunker. Ich bin auf dem Bunker laufen. 85 oder genau ich noch sieben also ich könnte den gleichen aus dem linken ist einer drin und in dem dreistöckigen ist auch einer dran auto von dort so und fährt gerade den mobil weg die lootkiste kommt bei der lootkiste runter Das sehe ich auch. Alter, wir schießen wo? Pötzen. Oh, schießt hier bitte schön hin. Verarschenhaus. Das kann ich sehen. Ja, ich hab mal roto. Genau, auch nicht. Zweifel, viel weiter sehe ich auch nicht. Wenn ich auf die Tür in dem Verarschenhaus aime, dann verdeckt der Punkt die ganze Tür. Doch gut. Weit weg ist das. Einschläge. Wert beschossen. Ja klar, von den Nonen. Die sind auch zurück. Nein, ich hab gerade überlegt. Kreis geht glaube ich, oder? Dixi, äh Obi. Ja. Wenn du möchtest, kannst du auch die SKS haben, mit der kannst du schneller schießen, wie mit der Karg. Was nimmst du da? Karm. Warte, warte, warte. Warte mal, machen wir so. Wie viel Munition hast du? Die Karg? Ja. 23 Schuss plus Magazin. Warte. Hier. Gib mal die Karg hin. Ohne Visier. Das darfst du gern behalten. Weil dann kannst du, mit der kannst du wenigstens schneller schießen. Ja. Ja, ich hab eine UMP. Das darfst du ja auch mal schießen. Ja. Ja. Bisse Richtung Süd-Osten. Am G an. Gleich aufbrechen hier. Ja, ein bisschen den Rücken am Auge behalten. Von da kommt jetzt der Kreis. Vielleicht über den Berg kommen. Bisse Richtung Süd-Osten. Ja. 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 So weit müssen wir ja gar nicht, ne? Na, ich würde aber laufen. Ne. Das schaffst du ja nicht. Doch. Wieso nicht? Da sehen nebenan, da könnten Schüsse sein. Aber doch nach da. Bis auf blau laufen wäre blöd, aber blau könnte man hinfahren. Wo sie gar nicht so dumm. Wenn da noch keiner ist. Ja, also los. Ich würde hier angammeln. Ich würde hier angammeln. So weit sind wir ungefähr in die Richtung bis auch die Kiste runterkommen. Ja. 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 Da haben wir hier angeschossen. Ich würde euch noch nicht vorstellen, wenn die hier noch in den Häusern sind, auf die Kiste gucken. Ne, offen. Weg 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 weg. Ich will. In dem Haus sind wir wieder neben stehen. In dem Haus. Oh, das ist... Ah, Robby. Nein, 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 ich konnte ihn nicht erst... Also ich habe ihn zwar down, aber... Er lebt noch. Oh, da kam noch einer andersrum. Wir sind jetzt beide an... von unseren Leichen. Und deine Granate. Und deine Granate. Hast du einen erwischt? Ja. Der andere ist wahrscheinlich abgehauen, der... Der ist nicht abgehauen. Der ist nicht abgehauen. Nicht mal von den Leichen. Da ist noch ein zweier Helm. Der andere hat doch keinen auf, oder? Ja. Der ist nicht abgehauen. Der hat auch genau ein ins Auge bekommen. Das war noch böse War aber nicht so schlecht Ja Wir waren eh bescheiden ausgestattet Ja, 400 Tusser bescheiden war Was braucht ihr da noch als zweite Waffe? Eine geht noch Oh, die waren hier aber gut verteilt Aber eine mit Profile Guck mal grad hier Windows Profile Oh 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 Oh